Machen wir auch. Ich bin hier fast wieder positiv. Ah ne, das bin ich noch lange nicht. Nebenbei. Und danach bin ich offline wieder. Bis nachher. Arcos, kannst du dich wiederbeleben? Wo bist du? Geht die nicht. Weckbomb. Nein, ich bin zu weit weg. Okay, warte, ich kann zu. Ja, warte, warte, warte. Ich werde geholt, glaube ich. Ja, er holt mich. Ich habe gerade jemand anders geholt. Ich gehe hart auf die Fresse. Ich habe genügend. Ja, habe ich. Einrichtung verloren in der Comaway haben wir verloren. Ah, ich bin da. Scheiße. Kannst du mich holen? Wo legst du? Ja, ich sehe dich. Ich lauf hin. Pass auf, die ballern so ein bisschen. Eine Deckung hinter einem Vanguard. Vanguard. Okay. Modiano. Dena. Mel. Ja, Viktor. Ins Haus. Und Leila. Auf A. Ah, hinter die Spion. Ja, den gerettet. Ja, habe ihn, habe ihn, habe ihn. Ja, das waren aber noch mehrere, geil. Da ist noch ein Spion. Mit Kommissar. Ist wahrscheinlich ein Stalker-Wichser. Ja. Ich bin tot. Da ist nicht nur ein Spion mit Kommissar, sondern auch mit der NFA. Ist schwer. Die Info wäre besser gewesen. Mein Kommissar hätte mich nicht weggeholt. Oh, wir holen Sandi gerade von unseren Leuten. Wollen ich da mal rein und gucken, was der anstellt. Oh, Foto holten Sandi. Oh, gefährlich. Aus schießen die Warners. Ja, jetzt kommen die Warners, die Fakten-Wichser. Raus, raus, raus. Ich komme aus die Warners. Ja, ich bin tot. Bei McRider auf einmal. Ja, warum kommen die jetzt auf einmal wieder rausgekrochen aus hier am Loch? Ja, weil sie die Terrana-Base haben wollen. Was die wollen, ich will auch viel, Herr. Jetzt kann es hier ein geiler Fight werden. Ja, ein Teuerkampf. Wo einfach niemand gewinnen kann. Ja, die Terrana. Ja. Die haben hier nichts zu verlieren. Ja, weiß er nicht. Doch, ihr Leben. Wenn die hier eine schlechte KD haben, gehen sie einfach. Würde ich auch gerne machen, ich habe auch eine schlechte KD. Ja, geh doch. Wenn du meinst, es wird woanders besser bei dir. Nein, ich habe jetzt ein Level-1-Sniper weggemacht. Oh, Gangster. Chiller-Diller. Dafür, dass die Affen mir mein Ding weggemacht haben. Erstmal den Maggi bekleben. Redest du von den Leuten in den Hosen? Hosen. In den Hosen. In den Hosen. Affen. Alles nur Affen. Stick nach Fisch. Machi. Ich fett nach Maggi riechen die. Lass du den liegen, Spacken. Ach, Mann. Zwei Level-1-Sniper holt. Also, weißt du mir, ist, äh... Verlapp' mir. Ich bin so geil. Die Push-Man-Sniper hat hart. Ah, ich werde den überlebt. Beast-Ball. Beast-Ball. Kann mich mal einen abholen oder ablenken, dass ich hier rauskomme? Nein. Das ist ja fast zu großzügig bei euch. Fuck. Oh, AP-Grinade. Oh, da ist eine Max. Die Max ist da schon länger. Zack, was hat mich jetzt getroffen? Eine One-Leap-Sniper. Ja, von Red October. Da kommen sie wieder. Ja. Wir haben gemerkt, dass hier ein 3 Frontenfighter ist, glaube ich. Als ich gedacht, yo, absnacken. Ah, fuck. Wichser, ey, denn. Die Red October spielt nicht mehr auf Sieg. Die spielen nur noch auf Kills. Haha, was sollen die noch aufs Ding spielen? Haha, Leute, guck mal das an die zwei Mackies auf der Brücke, wollen mich. Aber hart ficken. Das ist schön. Alter, ich wep und wep und wep und wep. Oh. Da ist Hansebe. Nach einer Weile. Oh mein Gott. Ja. Und da ist ja mal mit C4 mit C4 Gamer. Der war einfach in der Spindernation wieder. Oh, das ist ne Max. Da war ne Max. Da ist noch ne, äh. Jo, was ist denn da, Alter? Ja, fast gerade. Geil. Oh, leck die Sau, die Saucer durch. Da komm ich dann, ähm. Oh. Komm schon. Da laufen auch lauter Medics. Da rennt irgendwo ein Spiel und rum da ab. Und ich aber nicht. Warte, ich will dich holen. Ich hol dich, ich hol dich, ich hol dich, ich hol dich, ich hol dich. Ne, Simon hat mich. Ah, du bist schon gut. Ja, ich... Oh Gott, hier... So gut, ein Aufhelfleute. Hast du Simon? Ja. Oh, das ist mein Kumpel. Aufhelfleute. Ne, was? Aufhelfleute. Ne, Aufhelfleute nicht. Doch. Echt? Oh, stimmt. Äh. 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 Osterdor wieder reparieren, Alter. Geht schön, Punkte. Da kommen zwei Weltmeister. Wohl eine von uns, seine Gegner. Wow, was hat er getan? Jetzt gehen wir nochmal ab, die letzte Viertelstunde geht schon immer her. Ja, 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 ja. Gehen wir Zander machen es so hart dass die Oooh. Ja, 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 wir haben wo wir gemacht. Wir machen nichts hälter wie hier einfach nur 80 aufwärts rum rennt ist so er nackt war das nein ist auch mal springt alle wir stehen jetzt kriege ich auf die fresse jetzt gehe ich auch mal mit der so rein jetzt gehe ich als nach wenn du mir das so kommt noch ist ein einfach so schlau ist nicht nämlich die lockern raketen mit oder nämlich lockerns mit an homie da drüben ja warum hat es so weit weg alles so weit will also nämlich doch lieber die strike da kann ich direkt wie die massen und raketen dafür einhalten ich so ein schönes eckchen und dann halte ich mal gezielt rein du hast die mackrider hinter dir beide hinter mir ja hinterher kommt auch noch und sei es an die wir nehmen auch wenn ich jemand fragt zu ja ich verkehren ich sagte ein post kommt gerade auf euch zu Parmex ist das normal Euro aber von dem was er gut ist wenn er ist wer ich das gesagt hätte wäre die tot gewesen weil zur Ausstattung gesagt gut nur als er doch den wieder nicht dann habe ich nicht getroffen fakten habe ich auch nicht gesehen gehen können von rechts kommen jetzt zu erraten mackrider von hinten der rana von rechts wir haben zwei mackrider von hinten waren es von rechts nein aber das ist als sniper endes ns 30 vandal dignity aber heute macht es heute mal eine hochkarätige aufnahme also hoch besetzt er hat gehalten die wohl alle die aufnahme rein ich merke das schon der unsung wo schälen morgen wie so tausend abonnenten 10.000 mindestens mindestens mit kappten bern die stadt schon wieder immer so das war nicht verstanden ich auch nicht ich habe ich auch gleiche gestellte in dem chat das macht man noch ein paar weg von den hässlichen straxendräger da kommt schon wieder ein hauasa von links hauasa hauasa künzer ist vor allem gemacht einfach wenn ich auch wie mit einer rakete schießen drehung auf der stelle so dass meine rakete an ihm vorbeifliegt und dann gibt er mir während er sich dreht zwei headshots mit dem orderer für weiter ohr ohr norman um wackelt das auf die stelle von den fucking ja da gibt es euch auch machen die hat die wollen ja nicht er ist aber dreist an der da hinten die mucken sich gegen uns jetzt kommt der anderen auch noch so dazu ja die tera sander die gehen ja auch mit auf die waren das ist ja auch schon mal gut ich bin ein mädchen fahrt auch noch da hinten rum so ja leute 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 aber das war ein bisschen ja ich würde von wirken hier vor nein du ja Bis zum nächsten Mal.